Seid gegrüßt, liebe Freunde, herzlich willkommen hier zu Games ohne Gerstensaft. Nüchtern, aber nicht... äh... Gott, wie wollte ich den Satz jetzt beenden? Nüchtern, aber nicht minder spaßig... so wollte ich ihn beenden. Stürzen wir uns rein in den vierten Teil mit Zelda Ocarina of Time, der N64-Klassiker bei uns auf dem Gamecube. Und bzw. dann eigentlich eher auf der Wii. Naja, wie gesagt, ich habe das schon ganz häufig erwähnt, dass wir das irgendwie so mal so ganz verschachtelt hier machen müssen, so Inception-mäßig. Wir wollen jetzt noch ein bisschen die Spielwelt erkunden in diesem Teil. Wir wollen nach Kakariko, das ist das Dorf in der Nähe des Schlosses von Hyrule. Und dann wollen wir wahrscheinlich noch schnell die Prinzessin treffen. Das heißt schnell, also ich hoffe, dass es schnell geht, dass wir die Prinzessin treffen, weil das ist schon ein kleines, feines, Spindercel-mäßiges Minispiel, was wir da absolvieren müssen. Also, liebe Freunde, verlieren wir gar keine weitere Zeit. Wir haben schon viel zu viel Zeit wieder, wie immer, verschwendet. Ich gehe jetzt raus aus dem Menü und wir verlieren jetzt die Lon Lon Farm. Aber wir haben sie schon mal besucht, das ist erstmal schon schön. Und dann gehen wir jetzt nach Kakariko, in der Hoffnung, dass wir es in der Zeit schaffen, weil ich will unbedingt am Tag nach Kakariko. Ich will nicht in der Nacht und wir schaffen es schon nicht. Ich sehe da schon die Sonne untergehen. Das ist doch scheiße. Müssen wir uns wieder durch die... Müssen wir uns wieder durch die Horden von Skeletten prügeln. Ja, und da sind sie auch schon. Ein Skeletto ist... Da bleiben wir aber, wie gesagt, hier in der Nähe vom Eingang zu Kakariko und kämpfen wir noch mit den Skelettos. Vielleicht schrieben wir es diesmal hin, dass die... Ähm... Dass der Große gleich zu uns kommt. Das wäre ganz cool. Kommt ihr irgendwo raus? Hallo? Hey. Hallo? Ach so. Deshalb nicht. Sei willkommen, Bubert. Halte ein, mein Freund. Du befindest dich vor den Toren Kakarikos. Hast du die Prinzessin bereits besucht? Wenn nicht, so rate ich dir, sie aufzusuchen. Muss ich meine Worte wiederholen? Nein. Robert. Nur du hast die Macht, den Lauf des Schicksals zu ändern. Ohoho. Wir wollen aber trotzdem mal Kakariko. Blöder Vogel, ey. Und tschüss. Yep. Da sind sie. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Yep. Wo kommen die nächsten? Noch einer noch. Und zabäms. Und zabäms. Und gleich ist unsere Börse voll. Da freue ich mich. Ich habe volle Rubine. Da sind wir auf allem, sind wir voll aufmunitioniert. Und zabäms. Ich sagte, zabäms. Und zabäms. Und zabäms. Und der ist auch der Große. Ich will den Großen kaputt machen. Ich schaffe das immer nicht rechtzeitig. Ist doch scheiße. Ah, ich habe ein Ei ausgebrütet. Ich. Das Küken ist geschlüpft. Das ist sehr gut. Aber guck dich mal dieses Küken an. Ist eigentlich ein ausgewachsenes Huhn. Aber egal. Guck mal gleich. Wir gehen erst mal nach Kakariko. Erst mal Kakariko. Ganz wichtig. Also nämlich auch schön dort. Es ist jetzt 7 Uhr 9. Die richtige Zeit, um dir etwas über das Dorf zu erzählen. Zeldas Dienerin, die mächtige Impa, erbaute dieses Dorf für einfache Leute wie uns. Das ist also quasi eine Sozialbausiedlung. Noch wohnen hier wenige, aber eines Tages wird es genauso lebhaft sein wie in Hyrule. Oh ja, das wird es. Steige die Stufen im Norden des Dorfes hinauf. Dort gelangst du zum Pass, der zum Todesberg führt. Man kann ihm auch keinen bedrohlicheren Namen geben als der Todesberg. Aber du brauchst des Königs Erlaubnis, um diesen Weg nehmen zu können. Na gut, bringen wir hin. Na hallo, Hühnchen. Das ist auch noch eine schöne Quest. Ich bin der Chef der Zimmerleute. Der Impa hat uns angestellt, diesen Ort in eine eindrucksvolle Stadt zu verwandeln. Aber die jungen Kerle von heute haben keinen Ehrgeiz mehr. Weißt du, was ich meine, Junge? Na klar, kennen uns aus. Meine Arbeiter rennen nur planlos im Dorf herum und machen bei der Arbeit keinerlei Fortschritte. Das erinnert mich irgendwie an deutsche Handwerker. Nichts gegen deutsche Handwerker, aber ganz ehrlich, ich habe nur schlechte Erfahrungen bisher gemacht. Sogar mein Sohn ist ein fauler Sack und hängt den ganzen Tag nur in der Gegend rum. Sagt der, der unter einem Baum steht und nix macht. Ich sage dir, die Lungenleute sind ja nichts mehr zu gebrauchen. Ich mache das mal alles kaputt hier. Erstmal haben wir ein Herz besorgt, das ist super. Börse voll machen, Börse voll machen, Börse voll machen. Und das ist vielleicht noch eine Skulpturler. Nein. 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 Ja, ist okay. Ich will eigentlich nur eine Skulpturler. Ist die nicht hier? Nö. Also hier gab es auf jeden Fall noch ein paar Skulpturlers. So viel weiß ich. Ah, hier gibt es auf jeden Fall einen Huhn. Sehr gut. Hühnchen. Hier, da laufen sie rum. Die Deppen. Guckt es euch an. Hallo, wir arbeiten den ganzen Tag lang auf verschiedenen Baustellen. Ich sage, ich will noch eine Weile, bis alles fertig ist. Unser Chef ist ein ziemlicher Sklaventräger. Ja, ja. Der rennt einfach nur rum da oben, sein Kollege, der rennt auch nur doof rum. Und hier, nichts ist fertig. Der rennt auf dem Gerüst rum. Ich hoffe, du fällst runter. Was? Nichts ist hier. Helfer. Ah, und Börse voll. Super. Super toll. Super toll. Wir gucken uns alles mal an, was es hier so gibt. Was ist hier los? Was ist mit dir? In diesem Haus lebte einst die richtige Impa. Es ist nun für alle Dorfbewohner geöffnet. Du kannst auch hinein. Dieses Dorf gehörte einst den Sheikah. Aber jetzt kann jeder hier leben. Aha. Die Angst aller Pegida-Anhänger. Ist zu Hause für jeden geöffnet. Oh mein Gott. Also hier ist die Sidequest. Die machen wir aber später. Wir gehen jetzt wirklich erstmal gleich zum Dorf. Da geht es zum Friedhof. Da gehen wir auch noch nicht hin. Achso, brauche ich jetzt erstmal noch nicht. Ich bin ja voll mit allem. Hier geht es zur Windmühle. Ist nichts drin. Au. Ne. Also hier gibt es erstmal nichts für uns zu tun. Wie gesagt, da oben ist der Pass. Das haben wir ja schon gehört. Also wenn wir hier oben hingehen, gibt es der Pass. Und die Hühnchenquest, die machen wir dann später. Mach ich jetzt nicht. Wir gehen jetzt wirklich erstmal zum Dorf. Aber erstmal wollte ich euch erstmal noch alles zeigen. Hier schön Häuser. Da kann man überall rein. Und hier ist der Pass zum Todesberg. So, Hühnchen. Hühnchen, Hühnchen. So, aber wir machen nichts. Wir gehen wieder zurück. Machen wir alles später. Machen wir alles später. Jetzt erstmal zurück zum Dorf. Äh, zum Dorf, zum Schloss. Wenn wir jetzt wollen wir wirklich die Prinzessin finden. Aber ich habe das schon mal gesehen. Schön hier Kakariko. Was denn? Nicht schon wieder. Warum? Nein, du musst deine Worte nicht wiederholen. Das hast du mir doch alles schon erzählt. Du, du hast die, ja. Huhu, und weg. Ah, und weg. Und ich hätte das gesagt, der nochmal. Weil wir ihn jetzt, äh, weil wir noch nicht beim Schloss waren. Bitte, wenn wir das nächste Mal nach Kakariko gehen, dann muss er das nochmal erzählen. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Das ist alles ein bisschen komisch. So. Okay. Auf zum Schloss. Auf zum Schloss. To the Batcave. Ach so. Es ist schon wieder andere Musik. Es ist so toll. Und die sind so einfach, die Melodien. Auch die Melodien, die wir erlernen. Das sind so kleine, schöne Melodien, die sich sofort einprägen. Hier dieses Das ist so super. Ey, Alter. Wir müssen hier... Nein. Ja. Nein. Wir können nämlich hier nicht hoch, aber wir können hier diese Zauberranke langgehen. Hey, wir verarschen ihn nämlich alle. So. Navi, hast du irgendwas dazu zu sagen? Lesen. Schau mir in die Augen und wisse, es ist 11.31 Uhr. Oh, apropos. Schau mir in die Augen. Da sind auch Typen. Jetzt müssen wir nämlich aufpassen. Jetzt müssen wir nämlich aufpassen, dass sie uns nicht sehen. Ich weiß gar nicht, wie deren Sichtfeld jetzt genau ist. Aber... Apropos Sichtfeld, ne? Die sind alle ein bisschen doof. Guck mal, er hier. Er würde uns ja rein theoretisch voll sehen. Jetzt schlage ich auch mal hier gegen das Gitter. Ja. Er sieht uns ja rein theoretisch. Total gut. Aber... Egal. So. Da hinten... Da geht's nur hin, wenn wir Bomben haben. Die kriegen wir später. Ah, jetzt muss ich mich ein bisschen beeinflussen. Hier ist einer. Gucken wir, ob der mich sieht. Muss man hier lang. Ja. Und dann hier lang. Und da vorne stehen aber welche. Die dürfen mich nicht sehen. Das heißt, ich gehe hier lang. Und gehe durch diese verdächtig Aussehende. Sehr verdächtig Aussehende. Mauer hier entlang. So. Oh, jetzt wird's schon wieder duster. Ich glaube, da gibt's dann mehr Wachen. Das ist schlecht. So. Und dann hat er ja gesagt, der Kollege, wir sollen hier durch den Burggraben schwimmen. Denn wenn wir nämlich an denen einfach vorbeigehen, dann sehen die uns, obwohl sie mit dem Rücken zu uns stehen. Das heißt, wir nehmen hier den Burggraben. So. War hier noch eine Skulptur da eigentlich? Nein. So, jetzt ist es aber Nacht. Das ist doof. Aber wir hören sich hier schon schnarchen. Das ist der gute... Da ist er, der Talon. Und wenn der nicht aussieht wie Mario, dann will ich auch... Also, Mario ohne Hut. Und wir wissen ja, Mario ohne Hut, der... Also, der hat ja Haare. Der Mario. Also, ohne seine Mütze. Aber, ganz ehrlich, meine blaue Hose. Rotes Hemd. Barth. Was dicklich. Sein... 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 Sein Kollege Talon ist... Äh... Ne, Basel ist groß, schlachsig und hat grüne Kleidung. Mario und Luigi. Und außerdem, wenn man das ganz genau sieht, der hat eine Bowser-Brosche. Da. Bowser-Brosche. Cool, ne? Alles so Sachen, die man alles dann später erst erfährt. So, hier. Zitz, 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 zill. Murmel, murmel, murmel. Milch frisch abliefern. Muss mich beeilen. So. Der versperrt uns diesen Weg. Wir müssen nämlich dahin. Und dazu müssen wir diese Kisten verschieben. So, wir haben ja nicht umsonst dieses Huhn. Und ich hoffe, dass das auch nachts funktioniert. Ansonsten müssen wir mal gucken. Wir haben aber dieses Huhn. Und das Huhn, das belegen wir uns mal auf unsere Dekostäbe. Genau. Außerdem sichern wir. Wir haben ja schon ein bisschen was geschafft. Und dann gucken wir mal, ob wir ihn wachkriegen. Ja, kriegen wir. Was zum Teufel. Kann man denn nicht mal für eine Sekunde die Augen zumachen? Ey, du, erzähl mal. Hallo, wer bist du? Also, ich bin Talon, der Besitzer der London Farm. Ich war auf dem Weg zum Schloss, um frische Milch zu liefern. Als ich mich kurz ausruhen wollte, muss ich wohl eingeschlafen sein, weil ich zu viel gesoffen habe. Was? Malon sucht nach mir? Da bekomme ich wieder gehörigen Ärger. Ich hatte ihr doch versprochen. Aufweia, das läuft nicht gut. Und tschüss. So. In der Hoffnung, dass ich, wenn ich dieses Rätsel jetzt hier löse, ich sage kein Rätsel, ich würde mich einfach nur so Sachen schieben, dass es bis dahin dann wieder hell wird. Ja, es wird schon wieder hell. Sehr, sehr gut. Weil ich glaube, bei Tag sind nicht so viele Wachen im Schloss unterwegs. Was ziemlich gut ist. Genau. Ich glaube, bei Nacht ist auch die Zelda, ist die Zelda auch gar nicht da. So. Und jetzt noch den hier. Ah, damit wir dann schön, äh, über den, äh, über den Fluss hier, über den Bruggraben drüber kommen. Nein, nicht hinauf, Link. Och, Mensch. Genau. So. Denn da sind ja die zwei Typen, die da einbrechen wollten. Ne, die zwei. Die Hardy Boys. Oh, ich habe sowas von eine Spur. Die, genau. Die sind ja quasi da nicht durchgekommen. Aber da wir ja klein und niedlich sind, kommen wir da natürlich durch. Und in der Hoffnung, dass ich das jetzt schaffe beim ersten Anlauf. Ach, man kann hier über eine Nacht gar nicht lang, weil hier stehen dann gleich zwei Typen und schmeißen einen sofort raus. So, jetzt hier. Splinter Cell mäßig. Müssen wir das jetzt hier machen? Ah, das ist noch einfach, logischerweise. Die sind schon schwerer. Die Kollegen hier. Äh, ja. Und jetzt hier oben lang, obwohl da ein Zwanni liegt, aber unsere Börse ist ja voll. Das heißt, und jetzt müssen wir hier ganz... Oh, mit diesem, äh, mit dem Gamecube-Stick ist das echt... Echt, äh, nicht einfach. So langsam drüber zu laufen. Wups. Oh, jetzt. Die sind richtig schwer, die Kollegen hier. Ich glaube nämlich... So hier lang, genau. Und dann geht er noch da oben. Ja, ja, ja. Genau. Bam. Aber die sind richtig fies. Die sind richtig gemein. Die laufen nicht... Ja, genau. Da. Gucken wir mal, wie die laufen. Da ist er. Mist. Ich glaube, ich habe es schon verpasst. Obwohl, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ah, und man sieht sie dann immer nicht. Das ist auch fies. Ja. Ja. Ja, jetzt lauf mal. Ja, jetzt lauf mal hin. Genau. Und wenn sie dann, wenn der noch zurückläuft. Genau. Und los. Yeah, geschafft. Wuhu. Zelda. Und jetzt gibt es ja wieder Story. Auf zur Zelda. Zur Zelda. Wie, das ist Zelda? Ich dachte, der hier ist Zelda. Ach, übrigens, liebe Freunde. Wenn ihr... Ich zeige euch mal jetzt mal ein kleines Easter Egg. Wenn ihr hier reinschießt... Das ist ganz lustig. Kommt... Hallo? Hey, du, mach keinen Ärger. Und dann schmeißt du eine Bombe raus. Also, das ist so geil. Und Zelda, die interessiert das gar nicht. Und außerdem hier, ne? Ihr kennt es alle. Da, Mario-Bilder. Peach. Und wenn man woanders hingeht, sieht man auch, glaube ich, noch... Hier, hier. Wieder hoch. Wenn ich jetzt... Ja, hier, genau. Hier sieht man dann noch Yoshi. Und dann, glaube ich, noch Bowser und Luigi. Genau, da. Luigi und Bowser. Ganz lustig. Wirklich echt gut. Schönes Easter Egg. So, müssen wir noch irgendwas machen? Nö, können wir nicht Blumen pflücken und da Zelda mal mitbringen? Ne, gut, dann... Bitteschön. Was machst du, du Spannerin? Ach, und da ist sie. Ach, guck mal. Wie süß. Wie Zelda... Nanu? Wer bist du? Wie hast du es geschafft, an den Wachen vorbeizukommen? Tja, wir sind cool, ne? Wir sind Hubert. Oh, was ist das? Das ist... Eine Fee? Ja, geil, ne? Dann... Dann kommst du... Dann kommst du aus dem Wald? Du... Du hast nicht auch zufällig einen heiligen Stein des Waldes, oder? Ich meine, diesen funkelnden Grünstein, äh? Weiber und Diamanten, äh? Weiber, weiter, Weiber und Schmuck. Auch hier nicht anders. Nun, hast du ihn dabei? Äh, äh, muss ich mal gucken. Äh, ich glaube, ja. Ha, wie ich es mir dachte. Den kannst du mir jetzt schenken. Ich hatte einen Traum. Darin überzogen dunkle Wolken unser Land heimruhen. Doch plötzlich durchschnitt ein Strahl hellen Lichts diese Wolken. Er kam aus dem Wald und ganz Heirul erstrahlte in seinem Glanz. Das Licht verwandelte sich in einen Jungen, der in glitzernden, grünen Stein in den Händen hielt. Ihn begleitete eine Fee. Na, das ist ja ein Zufall. Ich weiß, es war eine Prophezeiung, dass jemand aus den Tiefen des Waldes kommen würde. Ich dachte, du wärst es. Oh, tut mir leid. Ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen von meiner Geschichte und mich gar nicht im Standesgebnis vorgestellt. Ich bin Zelda, Prinzessin von Heilwohl. Hallo. Wie lautet dein Name? Ich bin Pubert. Ich fühle etwas... Pubert. Seltsam. Er kommt mir so vertraut vor. So sei es, Pubert. Okay. Ich werde dich nun in das Geheimnis des Heiligen Reiches einweihen. Das ging ja fix. Der ist seit Generationen von meiner Familie gehütet worden. Das wirst du doch nicht weitererzählen. Oh, weiß ich ja nicht. Was kriege ich denn dafür? Nein, natürlich erzählen wir es nicht weiter. Dies ist die Legende. So, jetzt gibt es ein bisschen Story. Kann ich auch einen Schluck trinken. Ich erzähle ja immer ganz viel. Das Triforce vereinte die Kraft der drei Göttinnen. Sie verbargen es an einem Ort in Hyrule. Denn das Triforce hat die Macht, die Wünsche dessen wahr werden zu lassen, der es in Händen hält. Da sind sie. Ein rechtschaffendes Herz würde Hyrule in goldene Zeiten voller Reichtum und Frieden führen. Würden Wünsche eines Menschen mit niedriger Gesinnung erfüllt, so verschlängert das Böse die Welt. Daher errichteten die Weisen die Zitadelle der Zeit, um das Triforce vor bösen Mächten zu bewahren. Haben sie schlau gemacht, die Weisen. Und da, das war's. Das ist es. Die Legende. Tolle Legende, ne? Die Zitadelle der Zeit ist in unserer Welt der Zugang zum Heiligenreich. Doch dieser Zugang, ah wie schön durch die Blumen hindurch, doch dieser Zugang ist versiegelt durch eine steierende Mauer, die man Zeitportal nimmt. Es heißt, man brauche die drei heiligen Steine, um den Zugang zu öffnen. Und noch etwas. Nämlich ein uraltes Relikt, das im Besitz der Königsfamilie von Hyrule ist. Äh, was denn? Die Ocarina der Zeit. Roll credits. Hast du die Geschichte, die ich dir anvertraute, verstanden? Äh, äh, warte mal. Äh, zwei Pfosten der Zeit? Ja, klar. Großartig. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe gerade durch dieses Fenster hier geschaut. Eines der Elemente aus meinem Traum, die dunklen Wolken, ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort. Willst du ihn dir anschauen? Äh, muss das sein? Okay. Gucken wir mal durch. Wer ist denn das? Oh, oh, liebe Freunde. Siehst du den Mann dort? Den mit dem bösen Blick und der langgezogenen Fresse? Das ist Ganondorf, Anführer der Gerudos, die in der Wüste fern im Westen unseres Landes leben. Er hat meinem Vater die Treue geschworen, doch ich glaube nicht, dass er aufrichtig ist. Mach Sachen. Wieder die Rothaarigen wieder, ja? Die dunklen Wolken, die Hyrule in meinen Träumen einhüllten, sie müssen diesen Mann symbolisiert haben. Was ist passiert? Hat er dich gesehen? Ich habe keine Angst. Er hat keine Ahnung von unseren Plänen. Noch nicht, denn ich werde sie ihm erzählen. Ich weiß, wer ist das? Das ist so schön. Damals fand man das super schön, trotz dieser Bitmap, richtig schlechten Bitmap-Blumen. Aber damals fand man das wunderschön, diese Kamerafahrten. Natürlich erzählte ich meinem Vater von dem Traum. Doch er glaubte mir nicht, dass der Traum eine Prophezeiung sei. Doch glaube mir, ich spüre die böse Aura dieses Mannes. Ganondorf hat es auf nichts anderes, als das Triforce des Heiligen Reichs abgesehen. Oh, guck mal, wie sie gucken! Nur das scheint sein, Begehr. Um sein Ziel zu erreichen, muss er Hyrule, nein, die gesamte Welt unterwerfen. Wie die Bösen das nun mal so machen. Hubert, wir sind die einzigen, die Ganondorfs Pläne durchkreuz können. Wirklich? Oh, scheiße. Bitte. Ich glaube, kein Wort. Das war super. Wenn man das wählen würde, würde ich sagen, ach komm schon. Machst du mit? Deshalb kürzen wir das ab. Ja, ich danke dir, auch wie sie sich freut. Ich, ich habe Angst, große Angst, dass dieser Mann Hyrule den Untergang bringt. Ähm, ich glaube, das wird jemand anders sein. Hust, hust. Er besitzt übermenschliche Kräfte. Doch nun, da du hier bist, wird alles gut. Wir müssen verhindern, dass Ganondorf in den Besitz des Triforce gelangt. Ich werde die Ocarina der Zeit mit all meiner Kraft schützen. Niemals soll er sie erhalten. Deine Aufgabe sei es, die verbliebenen heiligen Steine zu finden. Sie sind der Schlüssel zum Heiligen Reich. Lass uns das Triforce suchen und mit dessen Kraft Ganondorf bezwingen. Na klar, kriegen wir hin. Eines noch. Nimm diesen Brief an dich. Ich bin sicher, du wirst ihn brauchen können. Da, 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 da. Es ist Zeldas Brief. Er trägt Prinzessin Zeldas Unterschrift. Im Gegenstandsmenü kannst du ihn auf C, C oder C platzieren. Benutze C, um den Mimiminen zu zeigen. Klar, kriegen wir hin. Oh, ich habe ihn gleich durchs Hühnchen ersetzt bekommen. So, apropos, guckt mal bitte. Wir sind so zwölf, elf, also unser Charakter und sie ja auch. Guckt mal bitte, was sie schon für, für, ah ne, jetzt hat man es gerade nicht gesehen. Ich finde, so hat man es ganz gut gesehen. Jetzt die Kamera noch ein bisschen. Ah, das stehe ich davor. Ist schlecht. Guckt mal, was sie für einen Vorbau schon hat. Für eine Zwölfjährige. Guckt mal. Das ist ganz schön heftig, ne? Oh, was ist das denn? Willst du denn? Sieht aber grummelig aus. Und rote Augen hat doch eigentlich zu viel. Ah ne, das ist Impa. Überlebende, Überlebende der Shika. Das muss man sich auch mal überlegen. Du bist Überlebender. Das ist nicht gut, wenn du Überlebender bist von Beruf. Meine Aufgabe ist, Prinzessin Zelda zu schützen. Alles ist so geschehen, wie es die Prinzessin prophezeite. Du bist ein tapferer Junge. Vorsehung hatte ich an diesen Ort geführt. Eigentlich habe ich mich an diesen Ort geführt, aber egal. Mir wird nun die Aufgabe zuteil, dich eine Melodie zu lernen. Ja, unser erstes Lied, die du nie vergessen darfst. Es ist ein Lied, das die Königsfamilie von Generation zu Generation weitergibt. Ich habe dieses Lied für Prinzessin Zelda gespielt, als sie noch ein kleines Kind war. Und was ist sie jetzt? Was haben wir noch ein kleines Kind? In den Noten verbergen sich mysteriöse Kräfte. Lausche nun der Melodie. Und das mache ich mit zwei Fingern. Wenn man die Taste gedrückt hat, dann zieht die auch die Töne länger. Das ist so schön. Da, 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 da. Unser erstes Lied, Zeldas Wiegenlied. Da, 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 da. Oh, was ist das? Ein Instrument? Moment. Du hast das Wiegenlied erlernt. Schön, ne? Wenn du dich, wenn dich die Soldaten hier finden, kommst du ärgert. Lass mich dich aus dem Schloss führen. Ich habe übrigens nie gewusst, ob Impa ein Mann oder eine Frau ist. Es muss eine Frau sein. Also es wird wahrscheinlich eine Frau sein. Aber ich habe immer gedacht, Impa... Ich könnte auch ein Mann sein. Aber gut. Du tapferer Jüngling, wir müssen Hyrule vor der Drohne in Apokalypse bewahren. Das ist ein bisschen viel für einen Zwölfjährigen, aber okay. Richte deine Augen in kein Osten. Dies ist der Todesberg, das Reich der Koronen. Sie hüten den heiligen Stein des Feuers. Wurfen. Am Fuße des Todesbergs wirst du Kakariko finden. Haben wir schon. Bin that, bin there, done that. Es ist die Stadt, die ich gegründet habe, wie sie sich alle selbst sehr wichtig nehmen, diese Menschen, um verfolgten Obdach zu bieten. Bevor du zum Berg aufbrichst, solltest du dich mit heiligen Bewohnern unterhalten. Mit Law Grimmau hin. Das Lied, das ich dich gelehrt habe, besitzt geheimnisvolle Kräfte. Nur Angehörige der Königsfamilie dürfen es erlernen und spielen. Aber wir sind doch gar kein Angehöriger. Vergiss nicht, du kannst damit beweisen, dass du in königlicher Mission bleibst. Das ist klar, kriegen wir hin. Geh nun, die Prinzessin und ich warten auf dich. Und die heiligen Steine im Schloss. Enttäuscht uns nicht. Na, da bist du mir für. Und jetzt... Blam! Oh! Oh, was geht? Okay. Alles klar. Dann gehen wir nach Kakariko. Das machen wir nämlich jetzt noch, und dann ist auch der Teil schon wieder zu Ende. Duh, 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 duh. Hab ich hier die Skulptula eigentlich schon? Ah, die Skulptula war hier, ne? Da war die Skulptula. Die war hier, oder? Ne. War die hier? Wo war denn die Skulptula? Hab ich die nicht schon geholt gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Hab ich mich lieber mit denen... Ne, gut, alles klar. Hier war dann wirklich nichts mehr. Welchen Baum war das dann? Naja, ist ja auch egal. Liebe Freunde. Wir finden noch genug Skulptulas. So, Kakariko. Genau, und da haben wir... Da treiben wir jetzt ein bisschen Schabernack. Denn zum Berg, da ist Feuer und wir haben ein Holzschild. Das ist keine gute Geschichte. Das heißt, wir müssen uns ein richtiges Schild besorgen. Und außerdem will ich zwei neue Lieder lernen. Und das machen wir dann alles im nächsten Teil. Da gehen wir nämlich... Machen wir hier erstmal noch Sidequests in Kakariko. Ich guck erstmal, wie viele Skulptulas ich eigentlich noch hab. Schon hab. Sechs. Wir brauchen zehn für das erste Upgrade. Na ja, gut. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Freunde. Das sichern wir mal noch schnell. Ja, und dann machen wir jetzt dann hier Schluss. Im nächsten Teil gibt es dann Kakariko Sidequest Action. Und außerdem öffnen wir die Passage zum Todesberg. Denn wir haben jetzt Zeldas Brief erhalten. Ja, liebe Freunde, dann war's das. Für diesen Teil. Das war der vierte Teil mit Zelda Ocarina of Time. Wir haben Prinzessin Zelda getroffen. Und auch unsere Quest erhalten. Unsere Hauptquest. Die drei heiligen Steine zu suchen. Einen haben wir ja schon. Der zweite, der ist bei den Koronen. Und der dritte, das verrate ich euch ja wahrscheinlich nichts Neues, der ist dann bei den Zoras. Im Wasserreich. Oder im Reich des Wassers. Keine Ahnung, wie man das nennen will. Ja, liebe Freunde, das war's dann erstmal für diesen Teil. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir macht es immer noch einen Haufen Spaß, dieses Spiel hier zu spielen. Für euch auch. Und ich spiele es ja auch nochmal gerne selber. Wir sehen uns im fünften Teil. Liked, subscribed, kommentiert. Bleibt nicht zu nüchtern. Ihr wisst, das ist das Motto unseres Kanals. Und wir sehen uns im fünften Teil. Macht's gut. Und wir sehen uns im nächsten Mal.